was geht willkommen zu einem neuen motorvlog hier auf meinem kanal ich hoffe wie immer euch geht es gut da draußen und zwar bin ich heute mit einem kollegen unterwegs das coole ist er heißt genauso wie ich auch luis und erfährt so eine ultra kranke suzuki mann also sowas habe ich noch nie gesehen das ist die suzuki gsx er 57 ich kenne nur ein paar leute die fahren die 600er aber das ist die 57er und die sieht ja sowas von ultra krank aus also ich zeige es euch später noch genauer weil was er da selber gemacht hat ist einfach heftig also allein vielleicht seht ihr jetzt schon die ganzen aufkleber hat er selber alles entwickelt alles selber zusammengeschnitten und es ist ganz schön fresh heute aber ja trotzdem wollte ich einen kleinen vlog für euch wieder aufnehmen so einen kleinen motorvlog zwar machen wir mal eine kleine tour mit ein paar kurven drin wieder ein bisschen zum üben und er übertreibt halt maßlos schon da muss ich natürlich mithalten aber er hat halt 150 ps ich habe 98 ps also das sind noch mal welten unterschied alter die sieht so geil aus er weiß ich damals wollte ich auch damals wollte ich so viel ich wollte damals eine super motor dann wollte ich so eine auch so naked bike was ich jetzt habe und was ich aber anfang schon immer auch wollte war eine super sport war ich weiß ich habe mich damit einfach nicht mehr so angefreundet und ich finde man man sitzt einfach zu tief und für längere fahrten gut ich weiß nicht ich bin selber noch nie mit so einer habe ich noch nie längere fahrten gemacht also kann ich euch nicht sagen wie sich das anfühlt ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben die leute die eine super sport haben oder so wie das ist wenn man irgendwie so längere touren so zwei drei vier stunden fährt man deshalb merkt oder ob es halt bequem ist oder nicht weil viele haben zu mir zum beispiel gesagt gut ein paar stunden tut mir halt der arsch weh muss ich aber auch sagen bei mir ist es genauso wenn ich so drei vier stunden fahr also maximal vier dann ist vorbei bei mir da muss ich kurze pause machen aber er ist schon in race modus jetzt muss er wieder auf mich warten aber ich habe sie von vornherein schon gesagt kollege du musst auf mich warten ja ich sage 150 ps ist und er darf erst seit kurzem weil davor war es glaube ich gedrosselt auf 48 obwohl ja auch schon so jetzt er durfte auch erst seit kurzem sie aufmachen davor wie gesagt 48 ps aber allein von den kubik her und er hat ich am anfang schon keine chance so vom zug her mit schauen wir mal was sein auspuff so bringt weil das ist so spezieller jungen willst du mich verarschen jungen also das ist und jetzt geben wir mal ein bisschen gas weil ich weiß nicht wie lange das wetter so hält und jetzt Er sagt vorher noch zu mir so, ja lass erstmal ein bisschen warm fahren, ein bisschen Kurven fahren, ganz gemütlich Er prätert halt einfach vorbei, ah die sieht so geil aus, allein alles selbst entwickelt, die ganzen Aufkleber, alles selbst zusammen geschnitten Er hat mir nämlich auch gerade erzählt, dass es seine erste Maschine ist Und dann denke ich mir so, joge alles klar war, also ich gucke hier mit 98 PS rum, obwohl es eigentlich vollkommen ausreichend ist Aber immer wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die ein bisschen mehr haben, naja ein bisschen, der hat ungefähr 52 PS mehr Denkt man sich so, geil, die will ich auch haben Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von Supersportler Ich werde wahrscheinlich bei Naked bleiben, also Naked Bike Aber ich werde mir erst nächstes Jahr eine holen, weil Wenn ich einfach noch unschlüssig bin und ab nächstem Jahr oder beziehungsweise im Winter Werden dann wieder so viele online gestellt werden Dass ich da einfach wahrscheinlich eine leichtere Entscheidung habe, was ich mir hole Auf jeden Fall Richtung, auf jeden Fall 120 PS Minimum Alter, warte mal Leute, ich fahre mal ein bisschen vor Dann könnt ihr sie mal anschauen Die sieht so geil aus Allein mit seiner Lederkombi auch Und echt Respekt, man, das hat er alles selber hingeklebt Ja Leute, ich weiß, das ist ein bisschen Komischer Vlog heute, alles durcheinander Ja, ich wusste nicht, dass wir jetzt in so viele Ortschaften rein und raus waren Deswegen muss ich halt immer wieder unterbrechen Aber ich hoffe halt, wie gesagt, trotzdem Dass das Video einigermaßen in Ordnung ist Ja, ich werde es ja spätestens dann sehen Wenn ich das Video schneiden werde Aber falls wir uns jetzt nicht mehr hören sollten Oder wenn ihr nichts mehr von mir hört Gibt es mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben Fürs Video Wenn es euch gefallen hat, natürlich Kommentieren wieder, wie letztes Mal, richtig geil Wer noch nicht abonniert hat Kann das gerne umsonst tun Kostet nichts Und Ja Sind schon wieder in irgendeinem Bauern-Kaff Ne, aber wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat Gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen Würde ich mich auf jeden Fall freuen Und dann sehen wir uns zum nächsten Video, Leute Bis dann und Peace Bis dann 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 bis